Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist Kuga. So, wir sind jetzt mal wieder im Sumpf von den Kemos. Und da schon die erste Stein-Statue direkt voraus. Und ich mache Schaden mit meinem Axtürbel. Oh, er ist verflucht. Ich mache jetzt mal Magieangriffe. Darf ich wieder? Darfst du wieder, ja. Hallo. Und da kam irgendwie der Mitch. Er kommt jetzt erst. Vollfetzel. Weil ich ja nochmal geknickt habe, du Sack. Na dann. Ich fängs auf einmal im Sack mal rumhofer. Ich weiß du ganz genau. Darauf erst mal ein Axtürbel. Das ist ja eine Heilung. Du bist gleich tot. Ich weiß. Ist ja nicht so, als hätte ich mich eigentlich erholen können. So viel zum Thema Erholungsprobe. Du oder ich. Du. So. 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 Du. So. So. Kann ich auch noch nicht sagen, dass er von der Seite in der Wunsch ist? Ja. Er schlägt dich mit seiner Onyx-Fass. Du nicht? Ich stehe da nicht dran. Ich... Du toppelst jetzt einfach mal strahlen mit der Oster. Nein, ich rette ihn auch. Und dann falle ich mit der Oster. Nein! Mein Charakter sagt nein. Ich werde alles ganz klar. Das sagen sie alle. Jetzt kannst du den Thresh zaubern, weil beide sind schon klar. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Der Gole... Äh, ja, der Gole. Der Wasserspeier ist da. Ich weiß. Ich weiß. Juuu. Wir kommen gut zurecht und schon wieder ist er verflucht. Ist er da jetzt irgendwie ein Treffer ist, oder? Von Nagitana, ja. Ah. Hat mich schon gewundert. Und sonst habe ich das jetzt nicht ausgerüstet. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß nicht, dass wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Sind wir doch. Sind wir nicht. Sind wir? Ich bin... Zwei Jahre verreckt. Ohne... Ich bin bei 200.000. Du bist bei 200.000. Also spitze dich. Nichts gesagt. Dann kann man mich auch jetzt mal erhöhen. Ja. Wenn der verflucht ist, kannst du mit dir auspringen zaubern. Und ich damit töten? Du tötest ihn dann damit. Ich töte uns damit. Und du bist wahrscheinlich verstummt. Ah, leck mich vom Arsch. Du hast doch heute mit deinem Beirich. Du bist gleich tot. Weil dann Golem kommt. Jetzt sind wir die Bonzen. Nicht wahr. Er geht trotzdem mit dich. Nein! Tschüss. Ich lebe noch. Muss ich noch nicht mehr zurück? Musst du. Ja, warum? Nein. Ich kann auch nicht mehr zurückgehen. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Oh shit, Alidior! Töte uns! Ich bin dabei. Bitte. Sieht wie du überlebt. Ja. Siehst du? Ich habe überlebt. Wer hat das gesichert? Schreitze. Wir haben das gesichert, das ist mir scheißegal. Ich bin da mal raus. Spinn da mal raus. Bei deiner Heilung musst du noch arbeiten. Warte. Ich hoffe, es renne richtig. Ja, hast du dir schon die Brücke? Ich muss ja mal arbeiten, aber ich habe schon Rennen gezählt. Viel Spaß. Danke. Ich komme mal wieder, wenn ich von Live-Tänke. Weil so mit Half-Life-Tänken ist das nicht so gut. Also da wird kein Plan wie ich lande. Das ist die Brücke. Oder? Ich bin doch richtig. Sieht so aus, hm? Ich bin verstarrt. Ich weiß. Scheiße. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Was machst du? Ich habe nicht mehr viel Leben. Ich bin voll dumm. Du hast einen Wasserspeier mitgebracht. Ausgegangen. Ich bin dumm. Warte. Ich versuch. Viel Spaß. Ich lebe noch. Ich stelle mich nicht rein. Ich musste auch... Äh... Egal. Wofür ich jetzt so? Ich falte noch. Noch. Halt du aus, mein Bruder! Komm und fährt jetzt ein, um dich zu lassen! Ich hab's nicht gepackt. Wo willst du? Neben der Brücke, da wo der Gegner stehen. Versuch mich, äh, die kommen! Du lebst dich einfach wieder! Wo bist du? Ich rück einfach mal auf mein Faceset. Ah, okay! Der Golem kommt! Ich bin die Musiker! Nein! Du bist im Akron, oder? Ja, gut! Das ist ein Treffereffekt! Der Treffereffekt! Okay! Der Meteorstum, der ist fast Luft da! Ich weiß! Und deswegen musst du keinen Meteorstum! Ich hab gerade so einen Treffereffekt, und ich weiß nicht, dass wenn du eine Akronik gestoppt hast! Na dann! Warum ist dein Meteorstum so verzögert? Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Aber gerade eben kam er voll verzögert! Ja! Und du triffst dich selber! Ich weiß! Ich bin bei 208.000. Das ist schon wie ein paar Mal umsonst. Ja. Ich bin bei 208. Wo bist du? Ja oben. Wo? Nicht da. Da wo das Kraftzeichen hochkommt. Aha. Das macht ja auch nicht schlechter. Wenn er verflucht ist. Okay, zauber ich. Dann macht 80 Schaden. Nein. Vielleicht ist er doch nicht verflucht. Was? Kannst du eigentlich. Ungeregt. Gegner verfluchen. Wenn es dann mal klappen würde. Nein. Nicht heute. Nicht für dich. Jetzt musst du mal schauen. Kannst ja auch mal was machen. Mehr als auf den... Geh mal zur Seite. Geh mal zur Seite. Wofür? Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe ihn gewarnt. Ist jetzt gut. Nein. Nein. Ich könnte eine Heilung gebrauchen. Das glaubst du einfach. Ich mache. Warum ich denen nichts tun? Gar nicht sonst. W Knackern. Einen Mann вроде. Was возможно. 그건 von��geden? Ja, er caught.' Es geht gelse. Alles klar. Das mag eigentlich mein Treffer als nur Keine. Gar nichts. Stimmt. Das hab ich verrecken zu lassen. Werd aber nicht verrecken. Weißt du warum? Weil ich einen Axtwebel hab. Und ich dachte schon, das kommt ein Webel. Der war gut. Scheiße. Richtig. So flach wie der Treffer-Effekt von deiner Robe. Oh, da hab ich rausgehauen. Hade ist ja. Er ist verflucht, oder? Ah. Richtig. Ja. Schade. Meinst du, es könnte heute mal nach dem Glitzen noch ein paar Meteoriten wecken? Nein. Nein? Halt ihn mal an einer Stelle. Tue ich doch. Wie den? Wo den? Ah. Ah, es liegt daran, dass es im Aquamodus ist. Ich hab ihn mal an einer Stelle. Ich hab ihn doch. Halt ihn mal an einer Stelle. Ich hab ihn doch. Halt ihn mal an einer Stelle. Halt ihn mal an einer Stelle. Tod ist sie. Halt ihn mal an einer Stelle. Guck. Wie viele XP hast du? 5... 2-25.000. Dafür kann ich jetzt nichts. Doch! Nein, doch! Kannst du. Kann ich nicht. Doch. auch die 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 Ja, ich kann es halt auch sein. Lässt mich verrecken. So gehört sich das auch. Und wie soll ich denn jemals? Wie soll ich denn ein XT bekommen, oder? Ähm, nee. Okay, erstes, du bist. Nö, weil du mich verscheiden wirst. Werde ich das? Ja, weil wir uns gleich wiedersehen, wenn es wieder heißt, Lesbieter Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und beim nächsten Mal, bis gleich.